Die Demokratie muss immer wieder verteidigt werden. Man muss da schon immer wieder daran arbeiten, dass es einfach bei uns auch so bleibt. Viele sagen, ja, es wird sich eh nicht wirklich viel ändern. Das, was jetzt erreicht ist, ist auch ganz gut. Ich bemängle schon ein bisschen, dass man sich nicht mehr wehrt. Ich glaube, wir müssen die Politiker mehr fordern, mit uns in Dialog zu gehen. Was machen unsere Politiker eigentlich noch für uns? Die machen ja doch, was sie wollen. Wir werden ja gar nicht gefragt. Der kleine Mann wird nicht gefragt. Also ich würde eher sagen, wir sind unmündig geworden. Zu satt, zu träge. Wenn man wirklich grundlegende Interessen hat, Dinge, die auf jeden Fall geändert werden sollten, ist es möglich, dass man sich selber einfach aktiv macht. Man kann sich intensiv für Themen einsetzen. Man kann nicht nur mit Wahl was erreichen. Wir wollen wirklich die Entscheidung haben, was in unserem Land passiert. Also ich finde, da könnte viel mehr gehen, wenn sich genug Menschen einmischen. Dann würde auch wirklich was passieren. Das war nicht so, wir schauen. Hydra für hice raus. Und das war nicht. Aber wir wollen pulihat euch ja. Vielen Dank.